Wir müssen reden. Es ist wieder soweit bei Bares für Rares. Wurde wieder Lego verkauft und diesmal, was echt, echt krass selten ist, das habe ich noch nicht gesehen, das werdet ihr wahrscheinlich auch noch nicht gesehen haben und wir gucken uns jetzt mal die Details an und was genau da passiert ist. Ja, wer kennt sie nicht? Bares für Rares, eine sehr beliebte ZDF-Sendung und hallo Freunde des Steins erstmal, wir müssen uns heute um die Sendung kümmern. Vom 7.6. um genau zu sein und dort wurde ein Legostein verkauft und dieser Legostein, dabei handelt es sich um was ziemlich, ziemlich Seltenes aus dem Jahre 1959. Wir haben hier Jöster Thompson, der ist der Sohn des ersten Direktors von Lego Deutschland und der erste Direktor war Axel Thompson, also sein Vater und damals hat er in 1959 49,6 Millionen Euro Umsatz erzielt mit Lego und für damalige Verhältnisse ist das sehr, sehr viel. Also ich glaube damals waren das dann noch keine Euros, tut mir leid, wenn ich mir hier versprochen habe, auf jeden Fall eine riesige Summe Geld und dafür hat er als Anerkennung so ein einmal zwei Legostein bekommen und dieser Legostein, der besteht aus 925er Sterling Silber und innen ist der mit Zedernholz ausgelegt. Also das ist praktisch so eine kleine Kiste, die man auf und zu machen kann. Ganz ehrlich, wenn ich der Vater gewesen wäre, dann wäre ich ein bisschen traurig gewesen, wenn da mein seltenes Stück verkauft werden würde, denn also das ist schon echt erstmal eine Leistung und außerdem dann auch eine riesen Anerkennung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so öffentlich in so einer Fernsehsendung da verkaufen würde, allerdings ist es so, dass der Sohn laut eigenen Aussagen wohl nicht so viel mit Lego zu tun hat. Er hat Lego sogar damals als Kind vertickt, laut seiner Aussage hat er damals eine Handvoll Lego für einen Groschen auf dem Schulhof verkauft. Sehr, sehr interessant. Also von daher kann man es vielleicht verstehen, dass es loswerden möchte und der Experte hat dann eingeschätzt, dass das Silber ohne das Holz wohl circa 140 Euro wert ist und als diese Händlerangabe, die dann immer kommt, wurden dann 1000 Euro genommen und dann ist er da in die Verhandlung gegangen. Die Hände haben sich das angeguckt und am Ende ist dann rausgekommen, dass er das dann für 820 Euro verkauft hat. Ja, da kann er sich mal einen schönen Millennium Falken von kaufen, würde ich sagen. Also ganz ehrlich, 820 Euro sind viel Geld auf jeden Fall, aber ich persönlich hätte das Ganze nicht verkauft. Ich wäre wahrscheinlich eher auf der Seite gesessen und hätte es gekauft, weil ich finde, das ist echt schon was Cooles. Das ist so ein grenzender Lego-Stein. Wir sehen hier auch, dort sind auch auf den Noppen oben ist das Lego-Logo eingedruckt, eingraviert eher. Also das heißt, es sind auch originale Lego-Steine und keine Libyen-Fälschungen hier. Und unten an der Unterseite haben wir auch nochmal Gravuren von den Namen. Also A. Thompson steht dann da unten noch drauf. Also ein echt, echt schickes Teil. Ich bin mal gespannt, was damit jetzt passiert. Es wurde auch gesagt, dass es eventuell davon noch mehrere geben könnte von diesen Steinen, die dann an andere Geschäftspartner weitergegeben wurden. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe das Ding noch nie gesehen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Und jetzt würde ich dich gerne bitten, dass du mir in die Kommentare schreibst, ob du das verkauft hättest oder ob du den Preis angemessen findest. Und ich war da ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil so ein Teil würde ich nicht so leicht aus der Hand geben. Jetzt verlinke ich dir hier noch eine Playlist zu ein paar netten Reviews. Und bis dahin ganz viel Spaß und ciao. Und bis dahin ganz viel Spaß.